Hey, wie sehe ich aus? Gut, danke schön. Gefällt euch, was ihr seht? Ich meine, Ingame. Nachkiss, schon der beste Streamer. Lucky Wizard. Woher willst du das wissen? Folge seit einer Minute. Das werden wir überprüfen. Wann wirst du auf Instagram aktiver? Du, ich habe kein Leben. Ich müsste mir wie andere Influencer ein Leben zurechtbasteln. In meiner Märchenfantasie. Und zu tun, das hätte ich eins. Und dann gibt es aufregende Fotos. Lübe. Lübe. Lübe, sagen sie. Aber bekommen durch nichts nur theoretische Lübe. Was gab es bei dir zum Mittag? Einen Burger! Der war ziemlich scheiße. Einen Burger mit Kartoffelecken oder was? Der war ziemlich scheiße. Von jedem Essen ein Foto. Ja, aber dann bin ich ein Essens... Essen-Instagrammer. Ich meine, Essen fotografierst du, wenn du halt wirklich nichts in deinem Leben hast. Essensbilder sind die typischen... Ja, ich habe nichts. Bei mir ist nichts. Oder ist eine Katze? Kein Geld für Viecher. Keine Rolex, keine AMG, kein Porsche, kein Lamborghini. Was soll ich machen? T-Gate, ich weiß, wie du es finanzieren kannst. Eins ab. Dann kann ich mir vielleicht ein Fahrrad schon leisten. Ey, mach keinen Scheiß! Oh nein, da ist wieder so einer. Oh, fuck me. Ich bin tot, ich bin tot. Oh mein Gott, lasst mich! Verspeist den Typen! Spammt ihr hier? Emotes, Chat? Das traut ihr euch hier nicht. Warum stirbt irgendwann jemand hier? Was sind denn das auch für komische Riesenduschen hier? Okay, dann brauche ich nichts schleichen, wenn ich die Tür eintrete. Hallo? Ist ein bisschen useless. Bindet er sich gerade seine Schuhe zu? Dann bleibt gelaufen, mein Freund. Typ, typ, typi, typ, typ. Unter von der Straße! Was ist denn? Feuerwerk! Feuerwerk! Ich komme nicht weg. Und? Ein Stoß! Ich habe hier keine... Oh, hier liegt was! Nein! Was ist denn Dings? Was ist auf ihm? Die Heilung! Oh mein Gott! Was soll ich nachdem ich alles verballert habe? Kommt die Scheiße! Warum? Warum? Oh, Macaroni! Alles gesäubert, wir dürfen wieder gehen. Na also, schnappen Sie sich das Paket und los! Wieder niemand, der bitte sagt oder sonst irgendwie nett ist. Anstarren reicht nicht, Frank. Shut the fuck up! Oh, ja, 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 ja! Da geht nichts drüber! Dum, 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 dum! Kommt der zu Daddy! Oh, die haben alle in den Exo! Das zählt nicht! Oh, meiner ist besser anscheinend. Meiner ist besser. Derin ihrer ist scheiße. What's this? Ein Presslufthammer? Baby, gib mir! Yeah! Komm runter, jetzt wird gepresst! Also. Gib mir eine Minigun, Baby! Jetzt wird gepuppt, dass sich die Balken biegen. Der Presslufthammer hat wesentlich mehr Bums gemacht. Eine Schienenkanone? Was ist das? Klingt sehr, sehr... Oh, mein Gott! Eine Panzerfaust? Ist das jetzt auch einer? Was ist? Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Ja, ich mach doch hier Sachen! Was ist denn? Ich reinige hier alles, okay? Ich will schön ungestört miteinander reden können. Was ist gerade passiert? Oh, ich war doch zu langsam. Ich wollte einfach... Okay, ich werde mich doch... Oh, no! Ich bin tot! Das war ein Roundhouse-Kick, yo! Vielleicht da du kommst noch einen Schritt näher! Moment mal! Ich war die ganze Zeit vor dir! Ich war die ganze Zeit vor dir! I need a weapon! Ein richtiger, nicht hier! Oh, Scheiße! Oh, shit! Ich bin tot! Oh, no! Ich hab nicht... Oh, mein Gott! Ich dachte gerade, ich hätte noch mehr Leben! Ich weiß nicht, wie ich drauf kam! Was? Was ist denn? Nee, ich schau mich noch um! Was ist denn? Okay, das ist nicht... Okay, das ist nicht... Machen wir dem Ganzen ein Ende! Na sowas, auch hier! Schade! Wartet, wartet! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Zeit zu sterben! War ja klar! Oh, Mist! Warum lege ich die Stereoanlage hin? Ich dachte, ich hatte irgendwas anderes in der Hand! Gelöst! Wie ein Profi! Warte mal, Granate war... Ich will nicht sterben! Ja, ich auch nicht! Danke, Mann! Ich hab auch niemandem was getan! Gerettet, Jet! Mann, ich bin schon weg! Ich bin der Beste! Frank, bist du in der Nähe von... Was ist denn? Ich bin jetzt auf dem Weg dorthin! Mein Auto brennt! Das muss ja immer so kompliziert sein! Da! Oh, nein! Jemand muss pusten! Oh, nein! Ich sollte dieses Auto... Und damit flüchten? Ich kann nicht damit flüchten! Ja, sicher jetzt! Explodiert's, wo ich da nicht! Stefan Sießen! Sicher erwischt mich noch! Immer nix anderes zu tun! Moment, gibt's hier geheime Geheimnisse? Ich brauch'n Auto! Oh, warte, kann ich mit dem Ding fahren? Yes! Ich fuhr mit dem Traktor! Crazy! Ich ruhe die mit dem Traktor! Was bedeutet Faust, Arrest? Hier oben oben? Haben wir gesehen, wie elegant ich diese Kurve genommen habe, eigentlich? That's crazy, yo! Ich will nix sagen, aber that's crazy! Also, folgendes Szenario! Hier war das Foto, hier ist nix! Ich geh' aber durch die Tür, was is'n? Einfach E! Easy! Ah, ne, verschlossen! Oh, okay! Na gut! Ein E, um sich alle zu knechten! Okay! Ein E und alles öffnet sich! Am nächsten Date sag' ich auch E! Und dann sagt sie, nimm ich! Ne Eigenbaugranate! Wenn du mir das jetzt noch einmal sagst! Ich weiß, dass ich die Türen was isen, lass mich umschauen! So ein Stress in der Apokalypse! 10 Uhr! Was ist die Eigenbaugranate? Was ist die Eigenbaugranate? Na die ist ja super, habt ihr das gesehen? Funktioniert, dann ist sie die Richtige? Was, wenn ich eh sage? Ich weiß nicht, wenn ich eh sage und sie spreizt ihren Geldbeutel? Zombies machen zu lange, weil ich immer denke auch, okay, du bist nicht ganz dicht! Tja! Stümmel! Lalalalalalalalalala! Stümmel! 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 Stümmel!